Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir sind hier gerade wieder in so ein... Oh, ne, nicht schon wieder. Immer dieser Ritter. Wir sind hier in... Poppress of Ice oder wie das hieß. Ja. Wir müssen mal ein bisschen auf Level hochkommen, ja? Ich glaube, so viele Heilportions haben wir auch bald nicht mehr. So. Erledigt. Er hat nichts, was wir brauchen. Und auch nichts. Oh. Doch nicht. Ich dachte, hier kommen wir jetzt ein bisschen mehr weiter. Ist doch ein größerer Raum, aber... Ah, sind wir aber auch gleich schon am Ende vom nördlichen Wege hier. Dann brauchen wir nur noch... Äh... Das bisschen hier, das alles und das alles noch. Einmal drumherum geschippert hier. Sind wir nicht wirklich geschippert, sondern gelaufen. Ah, da gehen wir noch nicht rein. Wir wollen erst mal hier den ganzen Rand erkundet haben, entdeckt haben. Kann doch nicht sein. Okay. Und 18 Volt. Aber auch nichts. So. Da gab es aber auch, um ein bisschen was zu gucken. Aber... Jetzt bin ich neugierig, wie viel haben wir hier noch an Eiltränken. 52. Wir hatten 80. Wir hatten 80. 50. Den haben wir erledigt. Der andere kommt an uns noch nicht ran. Das ist gut. Das ist gut. So. Der ist auch down. 13 Gold. Hat nichts. Hat nichts. Hier gibt's nix. So. Und da müssten wir jetzt am nördlichen Ende schon sein. Dritte ist hier kein... Gut. Hier auf 55 Gold. Nehmen wir mit. So. Nördliches Ende unter... Ja. Hier gibt's gar nichts. Okay. Außer Wolfsgestöhne. Wo war denn die Tür jetzt? Hä? Achso, da hinten. Nur ein Stück. Joa. Komm her, Fifi. So. Jetzt war's das mit euch. Joa. Da sind sie wieder. Euch Fifi's mag ich viel, viel lieber. Als diese Ritter. So. Ach, da hinten gab's noch ne Tür. Die ich übersehen habe. Da gibt's ne Geheimtür. Hier. Oh. Nice. Geheimtür. Können wir nicht mehr tragen. Auf vollkommen in Ordnung. Ein Goldstück. Und ein. Talk. Aber hier gibt's keine Geheimtür mehr. Boah. Das... Das war jetzt... Eine schöne Überraschung auf jeden Fall. Mit der Geheimtür. Hier gibt's auch eine. Oder? Ne doch nicht. Ah, aber hier sind wieder Wölfe. Keine Ahnung von wo ihr jetzt gekommen seid, aber... Wir gehen jetzt mal durch diese Tür. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Ah, glaub ich weiß wo wir jetzt sind. Ja. Irgendwo hier ist ein Fifi. Dieses Dungeon gefällt mir irgendwie vom Aufbau her. So. Ja, ich will aber irgendwie dahin. Das heißt, wir gehen nochmal zurück. Dann erkunden wir dieses Stück hier auf der Seite. Einmal komplett zu Ende. Und dann machen wir hier weiter. Oh, es ruckelt ein bisschen. Da habe ich ein bisschen Angst, dass es mir abstürzt. Da habe ich euch vorsichtshalber mal. Ah. Hallo Fifi. So, gehen wir mal hier rein. Ja. Ist das eine geheime Tür oder so? Nö. Oh, interessant wo wir hier jetzt gelandet sind. Find ich hier wirklich richtig interessant gerade. Was haben wir da? Wir haben da wieder Gold. Und kommen wir ran. Erstmal die Fifi. Oh. Noch einer von hinten. Jetzt müssen wir da dran kommen, oder? Komm. Hey. Kann doch nicht sein. Nein. So. Muss ich aber... Nein. Das ist ein Symbol-Shit. So. Will da rankommen. Ja. Haben wir es geschafft. So. Das war es dann glaube ich in dem Bereich hier. Oder doch nicht. Hier ist noch ein bisschen was. So. Wie viel. Jetzt war es das aber hier in dem Bereich. Dann haben wir den Bereich schon mal komplett erkundet. Dann würde ich sagen, der nächste Bereich wäre der hier. Dann der hier. Und dann zum Schluss hier. Und dann gehen wir da durch. So. In dem Raum waren wir noch gar nicht. Gibt auch gar nichts. He. Ja. Ja. Vielleicht die Tür sein. Irgendwo. Da. Gehen wir schon mal auf die andere Seite. So. Da ist wieder zwei Fifi's. Kann doch nicht ran. Muss ich rüber. So. Dann gehen wir wieder rüber. Ah. Wie das am ruckeln ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Weiß ich nicht. Oder ob am Ende der Aufnahmen das auch noch so zu sehen ist. Aber bei mir ist das übelst am ruckeln. Ah. Okay. Wir müssen noch mal hier hin. Wir müssen da noch mal hin. Ja. Pifi's wieder. Habe ich ein Spaß gleich hier wieder durchzulaufen. Und dann wieder die ganzen Ritter anzutreffen. Ey. Müsst du da nicht gleich schon eine Tür sein? Ne. Normaler Eingang. Okay. Oder? Wir hätten da auf schwimmen können. Egal. Jetzt laufen wir da durch. Wenn da wieder Ritter sind, dann ist es halt so. So. Müsst du gleich da vorne rechts reingehen. Ja. Da kommen sie schon. Müsst. 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 idols. Er hat nichts was wir brauchen. Aber dafür sind wir jetzt wieder fast voll. Dann gucken wir uns das mal an. Hier gibt's nichts. Hier gibt's auch nichts. So, wir gehen zuerst hier nach Norden. Und dann mal drauf gehen. Ja, endlich. 21 Gold. Und sonst hat er hier nichts. Ah, geht nur noch hierhin lang, okay. Hm? Boah, dieser Ruckla, ey. Oh, nein! Nein! Scheiß, Eisgolem. Ah, endlich. Er hat nichts. Hier gibt's uns auch gar nichts. Dann gehen wir zuerst hier rein. Wehe, hier ist noch ein Eisgolem. Boah, er kriegt dieser Ruckla auch mit, oder? Oh, nee. Ich habe das Gefühl, die Eisgolems vertragen so Reitenheben nicht so gut. Aber Treffen hatte ich jetzt auch nicht. Ja! 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 Sechs Punkte! Hier rein. Alles da rein. Alles da rein jetzt erst mal. So. So. So, Tower Shield. Nice. Wir können wieder mehr tragen. Crystal, Tower Shield. Jetzt können wir nicht mehr geshield tragen. Volt. Und Markt. Schaut, Bau. So. Dann haben wir hier alles auch schon mal erkundet. Das heißt, wir können hier wieder rein, runter und schwimmen hier rau und wieder so rum. Ich würde sagen, aber bevor wir weitermachen, einmal noch mal kurz speichern. weil diese Ruckler, die machen mir gerade richtig, richtig Angst. Oh. Den haben wir jetzt etwas leichter erledigt. So, da brauchen wir nichts. Gehen wir hier jetzt rein. Schwimmen halt ein bisschen jetzt. Dann gehe ich hier rum. Und dann war da vorne irgendwo eine Tür, die wir betreten können. Oder? Ja. Da war eine Tür. Weißt du? Ach, nö. Die Eis-Golems. Aua. Komm, stirbt doch endlich. Ja. Der hatte nichts. Hier gibt es sonst nichts. Warte, bevor wir... Jetzt will ich noch mal wissen. Wie viel haben wir an... Okay, 46. Damit kommen wir erstmal noch klar. Ah, wir gehen zuerst hier Richtung Süden. Hier gibt es nichts. Oh, diese Ruckler. Die machen mich fertig. Nee. Ja. kann ich den auch mal treffen doch mal jahre gedauert ein gold hatte ansonsten nichts wertvolles ganz schnell egal halbhausen ist auch richtige verarschen so jahre gedauert so wollten wir hier rein und du bleib bitte dahinten ich krieg dich hier die schläge meines lebens nein hallo ja 38 gold nichts wertvolles 2 gold wertvolles dann gehen wir erst mal runter dort da mal reingucken gar nichts auch eine enttäuschung okay scheint jetzt was zu sein okay wir sind jetzt in diesem langen raum da hinten brauchen wir erstmal nicht zu laufen hier hinten gibt es gar nichts dann gehen wir hier wieder rein und gucken mal da rein hier gibt es Schätze Gold und Bracelet Gold, Roundchild, nein können wir nicht dann vielleicht den Silver nein können wir auch nicht okay dann ist es halt so hier ist wieder eine Tür oh die führt wieder komplett anderen Raum mit nichts okay vielleicht wofür brauchen die solche großen Labyrinthe habe ich gar keinen Plan aber wir haben hier jetzt alles durch dann heißt das wir können da wieder raus und weiter nach dem Norden gehen so und in den Raum eben einmal ich hier scheint jetzt erstmal sicher zu sein das heißt wir machen jetzt nochmal eine kleine Aufnahmepause ich mache ein kleines Päuschen so bin in 5 Minuten 10 Minuten maximal wieder da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder vielen Dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer Max Deus und ciao Euer Max Deus Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020